Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück zum Minecraft Plugin entwickeln. Dieses Mal natürlich auch wieder mit Bucket und mit den Rezepten, mit eigenen Rezepten. Das heißt, ihr könnt dann quasi am Ende sagen, hey, wenn ich zwei Holz zusammenlege, dann kommt ein Diamant schwer draus oder sowas. Ja, funktioniert tatsächlich, kann man machen und genau das lernen wir heute. Das ist jetzt vorerst mal das letzte Tutorial zu Bucket, denn ja, jetzt seid ihr gefragt. Alle coolen Dinge, die ich noch nicht gezeigt habe, die ihr gerne noch sehen würdet, bitte schreibt mir die Kommentare, Discord, all das ist möglich. Das heißt, ja, gebt bitte Bescheid, was ihr euch noch wünscht. Und genau, wir machen jetzt folgendes und zwar packen wir jetzt hier einfach, das macht ihr normalerweise in der OnEnable Methode. Hier drin sagen wir jetzt, hey, wir fügen ein neues Rezept hinzu und das machen wir folgendermaßen. Und zwar bauen wir uns ein Shared und ja, dazu gehen wir erstmal ganz kurz hier hoch nochmal und sagen, wir wollen Import, äh, ups, Nucket, genau, Bucket, Punkt, äh, beziehungsweise Org natürlich, Org, Punkt, Bucket, Bucket, Punkt, Inventory, Eie, ich kann euch nicht tippen, es tut mir furchtbar leid. Inventory, Punkt, Shared Recipe, ähm, oder Recipe, muss man es eigentlich aussprechen, glaube ich. Ähm, genau, und jetzt bauen wir uns das hier und zwar bauen wir uns das mit, ähm, Recipe, war, Rezept, ist gleich. So, und hier muss jetzt folgendes rein. Ihr müsst natürlich angeben, welche Items da drin vorkommen sollen. Ups, und, ähm, das machen wir folgendermaßen. Wir brauchen zunächst mal wieder mal ein Item-Stack, ähm, aus, äh, sagen wir es, ups, war Stack dazu. Eie, ist gleich und ja, was packen wir da rein? Wir packen rein, was haben wir denn? Wir haben, glaube ich, noch Diamant, oder? Material Punkt Diamant haben wir auf jeden Fall, glaube ich, noch. Davon hatten wir uns irgendwann mal 64 Stück ins Inventar gecheatet. Und, der ist eins groß, der Stapel, und, so, und irgendwie möchte jetzt meine IDE immer noch nicht das Shared Recipe anerkennen. Da gibt es einen kleinen Trick, wir können einfach das Ding hier komplett da rein kopieren. Das funktioniert. Wir sehen auch, das Ganze ist deprecated, aber es wird tatsächlich einfach immer noch so benutzt. Das macht jeder noch so, ähm, deswegen, also, normalerweise sollte man die durchgestrichen nicht mehr unbedingt benutzen, aber es macht einfach immer noch jeder so. So, deswegen, ja, in dem Fall braucht man sich da keine Gedanken drum machen. Falls es irgendwas Vernünftigeres gibt, dann, äh, informiere ich euch darüber. Falls jemand von euch was Vernünftigeres kennt, gerne mir auch gerne Bescheid sagen. Ähm, genau, und jetzt gehen wir her und sagen, okay, Rezept, Punkt, und jetzt sagen wir, was wir dafür brauchen, okay? Das heißt, wir sagen hier Shape dazu. So, und die Shape ist in unserem Fall, ähm, so, und jetzt könnt ihr angeben, wie ihr das Ganze haben wollt. Das sind drei Zeichenketten aus jeweils drei Buchstaben. Leer bedeutet nichts, und die restlichen könnt ihr definieren, wie sie sind. Das heißt, ich mache jetzt mal hier A, B und A, ja, dann mache ich hier leer, 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 und dann mache ich hier A, äh, A, 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 okay? So, und dann sagen wir, was was ist, also wir definieren, was genau diese A's und B's bedeuten. Dazu sagen wir Recept, Punkt, Set Ingredient, okay? Und jetzt geben wir hier an, was, was die Buchstaben eigentlich bedeuten. Das heißt, wir haben hier A's verwendet und wir haben B's verwendet. Leerzeichen müssen wir nicht angeben. Das heißt, wir sagen hier A, naja, das steht für Material, Punkt, ähm, nehmen wir irgendwas, was wir die ganze Zeit schon haben. Nehmen wir doch Dirt. Und dann sagen wir noch, für was B steht, Set Ingredient, so, und jetzt hoffe ich, dass ich den richtigen Baum nehme. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo wir landen werden. B wird stehen für Material, Punkt, nehmen wir doch einfach mal, ich glaube, ich habe Birkenholz noch, ähm, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Birch, ähm, Wood. Gut, so, okay, also Birkenholz nehmen wir mit, beziehungsweise eigentlich will ich keinen Wood, sondern Log haben. Wood ist ja was anderes, äh, Wood ist quasi das, was wächst, ja, und Log ist das, was ihr dann fällt. Ähm, so, und dann haben wir Dreck und, ähm, und Birkenholz und daraus machen wir am Ende dann Diamant, ja. Und, ja, jetzt müssen wir das natürlich noch hinzufügen und das müssen wir beim Server machen. Das heißt, wir sagen hier Server, Punkt, ähm, Add Recipe oder Recipe und wir fügen das Rezept hinzu. So, und das war es eigentlich auch schon, wenn wir das Plugin jetzt enablen, also wenn es geladen oder wenn es aktiviert wird, dann wird einfach dieses Rezept in unseren Server hinzugefügt und wir können das dann tatsächlich benutzen. So, das wollen wir jetzt erstmal testen, indem wir das Ganze natürlich neu bilden, dann kopieren von den Lips in, achso, und ich habe die Welt neu generiert, ne, also diese World ist jetzt hier weg. Ähm, wenn ihr die Welt neu generieren wollt, müsst ihr einfach nur den World-Ordner löschen, der wird dann einfach neu für euch gebaut. Ähm, das ist dann einfach eine zufällige neue Welt, okay. Wenn ihr Nether oder The End löscht, dann löscht ihr halt diese Welten, ja. Ähm, aber wenn ihr die normale World löscht, dann löscht ihr halt die normale World. Gut, okay, ähm, und wir fügen das hier ein und wir müssen den Server neu starten, weil ich den immer noch am Laufen habe. So, und ich habe das ganze Ding mal für euch zusammengefarmt, den Teil habe ich rausgeschnitten. Und wir sehen, ich habe jetzt hier fünfmal Dreck, also quasi Dreck, Dreck, und in der Mitte habe ich Birchlock, ja, Birkenholz. Und dann haben wir hier nochmal Dreck, 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 und in der Mitte, da wo ich leer geschrieben habe, also wir sehen hier Dreck, ja, Birkenholz, Dreck, leer, 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 Dreck, 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 okay. Okay, und das, ups, das wird zu Diamant. Und jetzt kann ich mir quasi einfach Diamant craften, okay, aus diesem wunderbaren Zeugs. Ja, und so könnt ihr eigene Rezepte hinzufügen auf den Server und könnt quasi machen, was ihr wollt. Und, ähm, ja, dann eben auch Crafting-Vorgänge teilweise reduzieren und einfach ein bisschen das Ganze beschleunigen, falls ihr irgendwas Cooles bauen wollt oder sowas. Müsst ihr nicht ewig warten. Ja, ziemlich cool das Ganze, ähm, das war's erstmal mit dem Ganzen hier. Und wie gesagt, jetzt seid ihr dran, schlagt mir Dinge vor, die ihr noch wissen wollt, und, ja, die reiche ich dann nach. Wir hören uns beim nächsten Mal, bis dann, ciao.